Wissen Sie, was die teuersten Projekte sind? Ich mache immer Evaluierungen, auch Projektevaluierungen. Von den Projekten muss ich alles genauestens erzählen. Die teuersten Projekte sind Cistern. Cistern, Regenwasser, das ist doch gratis. Cistern kosten im Durchschnitt 1300 Dollar ins Gestein zu hämmern, auszugleiten, zu bestücken, das Rohr, eine Pumpe und dann noch die ganzen Probleme, dass das Cisternwasser sauber bleibt, Chlorinierung, bla bla bla, wenn das monatelang steht, trinkt Wasser. 1300 Dollar. Durchschnittliche Kapazität, Fassungsvermögen, Volumen einer Cisterne sind in der Westbank 50 Kubikmeter. Nämlich 50 Kubikmeter im Jahr von Regenzeit zu Regenzeit. Ein Brunnen, wir haben ja 220 Kubikmeter pro Stunde, in der Viertelstunde, das Wasser. Deswegen ist es logarithmisch teurer. Das ist zig Sachen an Investitionskosten in das Wasser. Drittens, können Sie schon raten, spätestens dann sind die Delegationen extrem enttäuscht. Der Messerschnitt ist polemisch, aber ich bin nicht polemisch, es ist tatsächlich so. Es ist nicht einfach nur, weil ich die ärgern will. Ich will mich zwar auch ärgern, aber trotzdem. Aber ich ärgere mich auch. Es ist tatsächlich technisch so. Die einzige Art, wie wir ordentliche Mengen zustande kriegen, sind Tiefbrunnen. Die Westbank hat einen Schatz an Regen, hat super Versickerungsbedingungen, dadurch, dass wir Kaltgestein haben. Es gibt Grundwasser. Das wurde aufgegeben. Still und leise. Die Deutschen haben durch die Torpedierung von Projekten, durch die Israelis, weil die ganzen Projekte immer weiter verzögert wurden, weil wir an schlechten Stellen bohren mussten, wo wir gar nicht bohren wollten, dann waren die Brunnen trocken. Misserfolg. Und so weiter. Die Konsequenz gezogen, nicht politischen Druck auf Israel auszüllen. Nicht zu Israel zu sagen, hör mal, das sind die Oslo-Mindestvereinbarung, die stehen hier schwarz auf weiß. Hallo. Sondern, wir gehen raus, machen das Licht aus und leiten die Tür zu. Was wir noch machen, Zisternen und Tanklack, das sind vor allem NGOs. Das sind nicht die großen, also nicht Regierungsorganisationen, nicht die großen Organisationen, KfW, BDZ. Die machen im Wesentlichen Infrastruktur, Netzwerkausbesserung und Abwasserkläranlagen. Ich bin nicht gelegen Kläranlagen. Das ist schon okay. Aber wenn Kläranlagen das Feigenblatt dafür sind, dass man den Palästinensern überhaupt mal die ursprüngliche Trinkwasserversorgung verweigert, dann sind sie politisch ein dreckiges Geschäft. Insofern bin ich in einer gewissen Weise sogar gegen Kläranlagen. Bin natürlich nicht gegen Kläranlagen. Aber politisch ist das eine Schweinerei. Aber genau das, was die KfW gesagt hat. Ja, ihr kriegt den Brunnen, das ist mir nicht. Aber wir geben euch Geld dann für eine Kläranlage. Ramallah West. Capacity Building, deutscher Schwerpunkt. Wenn uns nichts einfällt, machen wir Capacity Building. Trockenübungen, Workshops. Wir haben schon so viel Capacity, dass wir kaum noch laufen können. Und dann ein besonders bizarrer Punkt. Anleitung zum Wassersparer. Ich bitte die Israelis. Hallo? Das sind unsere bewunderten Projektpartner, wo wir sagen, ihr seid ja so toll. Tröpfchenbewässerung. Ihr seid doch so effizient. Nein, was das spart. Hier, GZ-Proschüre. Heißt du zwischen G und Z. Raising Public Awareness on Water Conservation. Unter dem Stichwort Level of Service Provision. Dann machen wir hier einen Workshop mit den Kindern. Wir malen uns eine Wasserversorgung mit Fingerfarben. Was? Das ist meine Ironie. Aber das ist von mir. Der Rest ist original. Der Rest ist original. Okay? Also, dem Hungernden noch ein Diätplan. Das ist eigentlich ein Verbrechen, oder? Das ist nicht nur irgendwie nicht ganz in Ordnung. Das ist noch zum Schaden den Sport. Jordan Graben, Hotspot. Einzel. Jordan Graben, östlicher Akifert, das Wasser fließt von Israel weg. Gibt es tatsächlich etwas, wo man sagen kann, Israel benutzt Wasser aktiv als Waffe. Gegen Palästinenser, auch um Palästinenser tatsächlich zu verteilen. Israel möchte gerne den Jordan Graben, ganz in Ordnung, was er wolle. Wenn es geht, völlig Palästinenser frei, außer der Stadt Jericho. Das hätten sie gerne. Im Jordan Graben gibt es Siedlungen, die tatsächlich eigene Brunnen haben. Denn das Wasser kommt dann nicht über die Berge rüber. Denn Israel hat natürlich sofort erkannt, wenn wir das Wasser im Jordan Graben für uns nutzen wollen, also uns graben wollen, müssen wir dort bohren. Es fließt ja nicht von selber nach Israel rein. Die einzige Art, das Wasser im östlichen Akifert für Israelis nutzbar zu machen, ist, es dort zu holen. Deswegen gibt es dort eine Ausnahmeerscheinung Settlements mit Landwirtschaft. Und Landwirtschaft, da komme ich wieder ganz zum Anfang, ist wohl die großen Dimensionen an Wasser verloren. Die Siedlungen sind extrem klein. Es gibt nur 9.500 Siedler im Jordan Graben. Wenzig, aber die haben riesige Felder. Dazu noch Military Zones, Settlement Councils und so weiter. Da ist fast schon eh nichts mehr übrig an Land für Palästinenser. Etwa 90.000 Palästinenser im Jordan Graben. Und zwar alles C-Gebiete, bis auf diese Stabilität. Alles C-Zone. Typischer Fall, Bekarot. Gebaut von Bekarot, das ist hier auf dem Schild, steht hier Bekarot, da steht hier in Kertuwa. Bekarot 2, also Brunnenbekarot, oder Bohrloch, Bekarot 2, auf Hebräisch. Motor, Brunnenpumpe, die fetten Beispiele hier, die führen in die Besiedlung. Dann gibt es hier ein Rohr für technische Verluste. Das hat nichts mit Nutzung zu tun. Wo einfach nur technische Verluste abgelassen werden. Das ist es, was die Leute nebendran hatten, die hier zur Verfügung haben. Auch ein illegales palästinensisches Dorf. Haben sowieso keine Wacheleitung, wurde schon vielmals zerstört. Die Leute harren da irgendwie aus. Und Sie sehen hier offiziell, israelische Zahlen. Dokumentiert von Bezelem, Wasserbericht. Die Websites sind ein bisschen schwer zugänglich, weil das auf Hebräisch ist und endlose Tabellen. Aber Bezelem hat das zum Glück rausgesucht. Israelische Mensernis-Orkationen. Trinkwasser, Zuweisung, Allokationen für die illegalen Siedlungen im Jahr lang haben 400 Liter pro Kopf und Tag. Nicht 250, 400 Liter. Sogar die Siedlungen am Totenmeer, das ist besonders heiß. Da trinkt jeder Siedler pro Tag 700 Liter Trinkwasser. Ich weiß nicht, wie man 700 Liter trinken will am Tag. Aber das sind die offiziellen Allokationen. Das ist nicht irgendwie mal zufällig. Das kann man jedes Jahr lesen. 9.573 Siedler haben 41 Millionen Kopien. Die Palästinenser nähen die dran 80, 82 oder alle die 20 Liter. Das wären die drei Gegenden, die ich mal so als Beispiel ausgewählt habe. Schlimm, 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 schlimm. Aber halt, es wird leider noch schlimmer. Schauen wir uns an, Schiftling, ein Dorf in der C-Zone, palästinensisches Dorf. Wir haben da eine illegale Siedlung mit großen Feldern. Treibhäusern, super Klima, wenn man Wasser hat. Megathermales Klima, das heißt, man kann drei Ernten im Jahr einbringen, weil im Winter wächst das Zeug. Weil es da unten, unter dem Meeresspiegel, richtig warm ist. Hier, östlich von Names. Fatima. Das Foto ist aus der GTZ-Borschüre. Fatima steht dort in Schiftling. Die Leute dort haben nur 25 Liter pro Kopf von Tag. Ein Viertel dessen, was die WHO als Mindestmenge sagt. Und da steht hier die Frau, die hat keinen Nachnamen, die heißt nur Fatima und steht hier mit einer Bettlerhaltung da rum. Ich ärgere mich schon über das Foto. So. 25 Liter hat diese Fatima in Schiftling. Also wenn wir anschauen, pro Kopf. Wie viel hat Hammer? Bitte? Klar, 400 Liter. Haben wir gesehen. Aber jetzt kommt die Frage, wenn die Landwirtschaft betreiben. 100 Siedler, 3,5 Millionen Kubikmeter. Wie viel hat jeder Siedler pro Tag an Wasser für Landwirtschaft zur Verfügung? Verglichen mit den 25, denn das Bild meintet ja alles für diese Frau Fatima. Auch verglichen mit dem Träckwasser für die Siedler. Können Sie sich irgendwie so vorstellen, raten, wie hoch das da ginge? Mach mal. Nein, nicht doppelt so hoch. Pro Siedler. Habe ich selber ausgerechnet. Das sind die Zahlen von der israelischen Wasserbehörde. Allokation Landwirtschaft pro Jahr. Bevölkerungszahl einfach dividiert. 67.000 Liter jeder Siedler in Hamra jeden Tag. Und wir sagen, die GTZ sagt, die KfW sagt, der Entwicklungsminister Niebel sagt, ja es gibt nicht genug Wasser. Wir können nicht noch mehr bohren. Es gibt ja kein Wasser. Wer berät die denn? Wer die berät, die Staatssaison berät. Die sind beratungsresistent. Aber wenn Sie wollen, noch besser drauf. Das ist schockend. Ich gebe zu, das ist ein Extrembeispiel. Das ist deswegen ein Extrembeispiel, weil dort Landwirtschaft betrieben ist. Siedler, die keine Landwirtschaft betreiben, haben nur die 400 Liter. Aber über das hier wird nie gesprochen. Das ist kein Thema. Wir haben sowieso schon immer ausgeblendet, dass die Palästinenser vielleicht auch Recht hätten auf Landwirtschaft. Die haben noch keine Hightech. Die bräuchten eigentlich Landwirtschaft dringender als Israel. Darüber sprechen wir gar nicht. Unsere ganzen Projekte, unser ganzer Diskurs geht sowieso immer nur über die Trinkwasser-Krise von den Palästinensern. Wir selber sind schon das Problem, dass wir gar nicht wagen, anzustinken gegen diese richtigen Zahlen. Hier spielt die Musik. Hallo? So, zurück zu Fatima. Das ist die Broschüre auf Englisch. Das ist die Broschüre auf Englisch. Januar 2012. Die Broschüre wird dreimal aufgenommen. Im zwei Jahre Tourismus. Von der GIZ. GIZ, sorry. Da steht jetzt alles. Fatima, nur ein Viertel dessen, was die WHO sagt. Sie schaut zum Himmel seit fünf Tagen. Kein Wasser, kein Tropfen aus der Leitung. Unsere Leitung ist trocken. Die sind in der C-Zone. Die kaufen das Wasser von Mekorod. Die palästinensische Wasserhöhre darf da gar nicht arbeiten. So, ich kann meine Pflanzen nicht gewässern. Was Sie brauchen? Urgent Assistant. Dringend brauchen Sie. Jetzt kommen die goldenen Reiter. Mit Shining Armor, Angriff. GTZ. 2008, 2010, 2012. Diese Broschüre. 2008 und 2010 stand der Satz ein bisschen anders. Hier steht, Two portable water tanks, each with five cubic meter capacity, were delivered by GIZ. Zwei portable, tragbare, mobile Wassertanks mit jeweils 5.000 Litern Fassungsvermögen, fünf Kubikmetern Fassungsvermögen, wurden von der GTZ zur Verfügung gestellt und geliefert. 2008 und 2010 stand da, will be delivered, vier Jahre lang. Und dann haben Sie im sechsten Jahr das geändert, were delivered. Weil es halt nicht so gut kommt, wenn man vier Jahre lang es schreibt. Now, I cannot only keep the tree alive, but also have enough water to offer tea to my guests again. Sagt Fatima. Rattel, Heuerden, Aus. Hurra! Accepting Challenges. Wir nehmen die Herausforderung an. Deutsche International Cooperation. Success Story. A source of relief. Okay? Samar sagt, manchmal können selbst so kleine Lösungen einen großen Impact im täglichen Leben der Menschen machen. Hurra! Und Fatima ist so happy, sie kann jetzt ihren Gästen mit der Tee anfangen. So. Ich gehe nochmal zurück. So. Okay. Und? Okay, zwei Folien muss ich noch machen, dann muss ich da noch Schluss machen. Ich bin fast durch, aber eben noch nicht ganz. Jetzt ist mir vorher da nicht mehr. Also. Wenn wir diese zwei Wassertanks aufeinander, um alles zuhören zu verhindern, was wir dann tun. So ein 5-Kubitmeter-Tank hat etwa 3 Meter Höhe. Wir stellen die übereinander, dann werden die 6 Meter hoch. Wasserturm von 6 Metern. Okay? Höhe. Hat 10 Kubikmeter Fassungsummel. Wie hoch wäre der jetzt Turm für einen Siedler in Hamra-Settlement? Wenn man das Wasser aus den 6 Jahren, das der verbraucht, da reinstecken würde. Fatima hat 10 Meter. Wie viel habt ihr? Raten Sie mal. Hatten Kilometer. 88.698 Meter. 10 mal Mont Everest. Das ist die Proportion. Not enough water. Das ist das, was der Siedler in seinem realen Wasserturm da hat. Was wird der Fahrt immer geben. Aber halt. Sie wird schlimmer. Ne, die Fatima hat kein Wasser bekommen. Die hat zwei Tanks im Garten gestellt bekommen. Der hat kein Wasser bekommen. We deliver two portable water tanks. Zwei schwarze Plastikdinger haben wir hier reingestellt. Fatima hat aber gesagt, es ist seit 5 Tagen nichts mehr aus der Leitung gekommen. Hallo? Haben Sie doch selber geschrieben. Fatima hat kein Wasser bekommen. Null. Zudem. Success story. German-Titadon. Now I can give my offer to tea again. Add Fatima with a smile. Und? Es gab einen Film letztes Jahr. Milliarden für den Stillstand. Ihr seid inzwischen auf YouTube. Klicken Sie. Milliarden für den Stillstand. Vorsicht, es gibt zwei Links. Einer hat dieses Logo, der ist der Richtige. Der andere ist im Film, der hat damit gar nichts zu tun. Nehmen Sie sich dieses Bild. Milliarden für den Stillstand. Die Frau, Sabrina Dittus, ist hingefahren nach Schiff. Ich habe ihr erzählt von dieser Broschüre. Schaut sie mal an. Ist hingefahren, hat die interviewt. Jetzt stellt sich heraus, es gibt in dem Dorf keine Fatima. Es gibt eine Frau, die so ausschaut. Die heißt aber Adiva. Die hat übrigens auch einen Nachnamen. Vahela. Diese Frau hat sie rumgeführt. Sie können sehen. Diese Frau hat ihr die Leitung gezeigt. Die trocken ist. Diese Frau geht mit ihr hier ins Gebüsch, wo die Hauptleitung zu dem Settlement vorbei geht. Die hat die interviewt. Schauen Sie sich den Film an. Und was sagt Fatima, die es nicht gibt? Adiva Rahela. Die sagt, ja stimmt. Vor ein paar Jahren, da kamen mal irgendwelche Erscheinen, irgendwelche Ausländer und haben da rumfotografiert. Ich habe die nie wieder gesehen. Ich habe keine Passantrags bekommen. Stand da nur. Stand da nur. Das ist das wir tun. Success Story, German Development. Also was tun wir da eigentlich? Das ist die Frage. Letzte Folie. Was wir tun ist, unsere Projekte der Besatzung anpassen. Dass sie kompatibel werden mit dem Unrecht der Besatzung. Das nennen wir Frieden. Das nennen wir Kooperation. Das nennen wir produktive, nicht polemische Ausführungen, wie dieser Messerschnitt. Das ist das, was wir tun. Was wir schaffen ist, wir gehen rückwärts. Weniger Wasser als vor Oslo. Wir haben da Adiva zwei Wassertanks in den Garten gestellt. Die gibt es aber erstens nicht. Und zweitens hat sie keine bekommen. Und drittens, wenn es stimmen würde, ein Spandal, dass sie zwei Wassertanks bekommen. Verdammt nochmal. Oder sagen wir endlich nein. Es braucht politischen Druck. Dieser Status quo, wie er seit 50 Jahren her, ein halbes Jahrhundert. Ist nicht hinnehmbar. Und es ist Teil gerade auch der Wasserprojekte, gerade auch der technischen Entwicklungszusammenarbeit, zu sagen, es hat an der politischen Sache. Wir fordern den Status quo heraus. Das ist genau die Frage. Vielen Dank.